Die Outlet City Metzingen hat den Deutschen Fairness-Preis 2018 des Deutschen Instituts für Servicequalität gewonnen. Hierfür wurden 50.000 Verbraucher zu 550 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen befragt. Im Mittelpunkt standen dabei die Kundenzufriedenheit, Fairness, Offenheit und Verlässlichkeit. Die Kategorie Outlet Center ist dieses Jahr zum ersten Mal mit dabei. Metzingen konnte vor allem beim Preis-Leistungs-Verhältnis punkten und sich so gegen acht Konkurrenten durchsetzen.